Wizz Air plante den Markteintritt in Österreich. Immerhin fliegen fast 70 Airlines den Flughafen Wien an. Für eine einzelne Airline ist es also nicht leicht aufzufallen. Wizz Air hat sich daher zum Ziel gesetzt, mit einem innovativen Projekt aufzufallen und so die Zielgruppe Millennials für ihre Marke zu begeistern. Nur zwei Monate nach dem Erstflug starteten sie dann mit einem noch nie dagewesenen PR-Stand, dem Flug ins Unbekannte. Abenteuerlustige Millennials konnten sich über Social Media für den Flug bewerben. Das Besondere daran, bis zur Landung wusste niemand, wo es hingeht. Die Kampagne war ein voller Erfolg. Es gab 6600 Bewerbungen. Insgesamt hätte das Flugzeug voll ausgelastet, also ganze 30 Mal abheben können. Mit dem Kampagnen-Hashtag wurden auf Social Media, genauer gesagt auf Facebook und Instagram, mehr als 14.000 Postings kreiert. Insgesamt konnten wir so für Wizz Air in den klassischen Medien und auf Social Media fast 3,5 Millionen Sichtkontakte generieren. So, da bleibe ich stehen. Dankeschön. Ebenso. Wiederschauen.